Die Stechpalme, Baum des Jahres 2021, Gedicht von Alex Lenk Wer ist gemeint, von wem schreibt man, sagt mir, woran ich bin. Warum soll man zum Baum hinschauen, worin liegt da der Sinn? Die Blätter sind so saftig grün, sie wächst am Waldesrand. Der Frühling lässt so weiß sie blühen, grün-weiß wie ein Gewand. Die Bären sind so pur pur rot, im Schutz vom Dornenkleid. Die Farbenbracht, die uns liebkost, weit in die Winterzeit. Veredelt wird die Weihnachtszeit mit Zweigen ihrer Art, bringt stille Freude in diese Zeit, wo Glück sich offenbart. Die Stechpalme, man glaubt es kaum, sie ist in aller Mund, sie ist gekürt als Jahresbaum. Der Text gibt davon Kund.